Ich hoffe, dass Sie, trotz des schönen, trockenen Wetters, das uns der Klimawandel heuer beschert, nicht nachlassen und Sie sich zu Hause verschanzen. Unser Tipp, denken Sie an etwas Schönes. Die Zukunft, den Urlaub, apropos Urlaub. Wir haben für die Österreicherinnen und Österreicher ein ganz besonderes Ziel für das Corona-Jahr 2020 zu empfehlen. Entdecken Sie Wien. Romantische Orte, authentische Menschen. Es muss nicht immer Rom, Madrid oder Ischgl sein. Außerdem können Mitarbeiter jetzt auch zwangsweise in den Urlaub gestickt werden. Du gehst in Urlaub! Ich geh da nochmal, äh, Dennis spielen. Und ich mach mein Studium fertig. Online. 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 Vielen Dank.